Wunderschön, Wunderschön, Nachmittag, Vormittag, Mittag, Früh und wir wollen wieder mal eine Runde spielen und jetzt weiß ich noch nicht welches Team wir haben, was wir haben zu verdienen. Brasilien, da. Dann nehmen wir mal die Franzosen mit Ibrahimovic, glaube ich. Da müsste ich mal kurz gucken, wo ist denn hier Strategie? Haben wir Ibrahimovic? Benzema, Ibrahimovic, ach so ist es ja gar kein Engländer, äh kein Franzose, spielt der nur beim PS. Douglas Costa. Ne, mach. Was, bei dir Douglas Costa, ja. Oder? Was, ich würde dir empfehlen, Gustavo noch hochzunehmen und Douglas Costa. Gustavo ist bei Wolfsburg, der ist top. Aber ich weiß nicht, wie ich jetzt, ich kenne ja kaum ihn bei mir. Hey, wie tut man jetzt überhaupt, manuell festlegen? Ha! Guck mal, ich bin jetzt. Auf, ich bin jetzt. Ich kenne ja kaum ihn richtig. Benzema, da bin ich zufrieden, dass ich den habe. Der ist top. Ich kenne ja kaum ihn. 8,- 1,000,000,000,000,000... ... Jo, Williamovic hat alles der Batter тот auch starkes. Alles klar... ... ... ... Du Gustavo für diesen komischen Edidas oder so auswechseln? Der ist voll schlechter Edidas. Sieht so aus. Gustavo ist definitiv so einfach besser. Du bist so schlecht. Du musst dann nur zurückgehen. Ach so, meine Freunde. Die Musik ist so nice, ey. Aber warte mal, scheiße. Du bist überhaupt 10 Minuten eingestellt? Ja, also eine Demo-Version speichert denn sowas? Was? 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 Ja, aber wir haben das Spiel jetzt neu gestartet. Das letzte Mal haben wir das Spiel nicht neu gestartet, richtig? Komm, wir machen uns direkt. Ich weiß nicht. Oder wir spielen. Let's go! Wie dick die aussehen, ey. Was sehen die zur Sache? Mach der da vorne. Und ich geh... Der ist da heiß, ey. Jo, hab ich auch grad falsch gemacht. Oh! Alter, Kosta fast dran gewesen. Kosta fast dran gewesen. Kosta fast gar nicht. Oh, das... Merke ich. Nein! Das wird aufgebaut. Ja, genau. Hey, mach mal diesen klarischen Abschluss, wie du gemacht hast. Hast du den einfach so auf Prinzip gekriegt oder gemacht? Alles klar. Oh, ich hab mal gekriegt. Oh, ich hab mal gekriegt. Oh, Marie doch! Alter! Alter! Heimgescheuert bin ich denn, ey! Oh, hätte ihn... Kamer zum Köpfen richtig, weil ich noch im FIFA-Modus bin richtig. Und der Fall ist nicht mal. Das ist ganz mit dem Schiezi. Die können wirklich den Schiezi-Schiezi-Schiezi-Schiezi-Schiezi-Schiezi-Schiezi-Schiezi-Schiezi. Aber sie ist interessant. Es ist nicht so schlecht, ich lieber. Da fieber die Demo-Version, die schon auf Englisch. Und auf anderen Sachen, aber auch Deutsch nicht. So kenne ich das eigentlich. Oh, Alter! Oh, danke! Ja! Was... Was sind Pink-Corn, weil das gerade war? Uch! Aber hier kann ich schon geile Schiffe machen, das steht fest. Die sind schon nice, halt. So einfach mal. Woh! 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 Ist das unlo-wig! Woh! 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 Wenn ich mal ein bisschen wer das ist... Woh! 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 Die geiler, also die Kralle. Ja so, wie bleibt sie ist denn so weit weg. Woh! Woh! Da wollte ich nicht eigentlich. Ja! Oooo! Woh! Woh! was da bin ich ja noch mal heute sagen kann ich gesehen dass da noch spieler von mir ist mal wieder nicht gleich draufgehalten hat er die Angegung beim Schießen Ich hab die Ball besetzt, ist doch gut. Das gibt's ja eigentlich gar nicht. Gut, wir sehen uns gleich, bis gleich. Ich will kommen. Zweite Halbzeit, zweites neues Glück. Leider nur auf 6 Minuten eingestellt. Die nächste Folge wird selbstverständlich wieder länger. Und was ich hier mit dem Anstoß? Steht noch 0-0. Der Trick hat nicht funktioniert. Was war denn der Trick? Weiß ich nicht. Der hat den Ball einfach vergessen. Ach so. Oh Mann. Kommt der sogar noch zu Torschach und der macht's. Alter. Oh mein Gott. Wo geht der denn bitte hin? Alter, der muss abgewährt gewesen sein. Was? Alter. Ich würde sagen, dass er ein interessanter Ausgut hat. Eeeewoo. Alter, das ist interessant. Das war sehr interessant. Tschu. 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 Tanch Self. Konften cảm. Tschu. Tats 마xс reinen. Tschu. Tcz. Tschu. Telefonkart. Alberto ist auch Andreas. Ich hab... Übernehme mal. So wie der komisch aussieht hier. Check ihn nicht, aber der sieht so komisch aus hier. Und ich mach ihn nicht. Ich überleg schon übelst lange auf die Ecke. Perfekt ist, ich mach sie. Oh, schau mal, ich hab sie gemacht. Siehste? Du wolltest noch ausrechnen. Began? Alles klar. Schön. Vorhin. Hab Frankreich jetzt zurückstecken können? So, ey. Ja, ich hab's ja immer. Ich hab mir momentan gefangen. Wirklich? Ja, Frankreich! Im Moment ist's egal. Ist ja Frankreich. so topspiel oder oder ja es kann nicht sein das war ich dann so drücke und drücke nein ich will den Ball haben dann hält sich den Ball ja wie früh du presst da vorne ey ja ich sag immer das sagt man ja das kann ich nicht das mach ich nicht ich kann aber ja nicht das ist automatisch ja ach ich dachte ich dachte wir brauchen Ball wir brauchen verschwinden auf wenn sie machen wenn sie mal wenn sie mal sie Danke. 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 Ich bin so alt. Ich bin so gut im Spiel drin, aber du kannst da hinten meine Abwehr noch ein bisschen ausstechen. Merke ich. Bitte. Hallo. Oh, spring wie du aus. Alles klar. Ja. Kann man die Ball hier auch nehmen? Ja. Wenn sie mal. Nicht schlecht. Nein, Gott. Das ist so eine, so ein bisschen, weil du Ball, damit man das nochmal analysieren kann, oder was? Ja, das ist so ein bisschen. Ja, das ist so ein bisschen besser. Ja, das ist so ein bisschen besser. Ja, das ist so ein bisschen besser. Das ist so ein bisschen besser. Ja, das ist so ein bisschen besser. Was macht der denn? Der soll den schraubschießen, alter. heute hat er so richtig knapp verloren ja alter bei dem voransehen und im nächsten Let's play by PES PES 2016 The Pro Ever Losen Sorge 2016 Die Demo-Version Schau mal runter Demo-Version Keine Ahnung Version 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 Sorry Sorry So Wir sehen uns dann demnächst an einem wunderschönen Nissen Feiertag Nein, bis dann. Tschüssi